Hallo, es ist der 4. Mai und wir sind on the road again und machen gerade Pause in Deutschland am See. Und da wir jetzt schon öfter mal durch Deutschland gefahren sind, aber noch nicht geklebt haben, haben wir beschlossen, dass wir eine Nacht länger bleiben in Deutschland und uns Deutschland ein bisschen anschauen und unsere Karte bunt machen. Der schwarze Ding wird jetzt gelilat. Genau, das Ding wird gelilat. Das ist sicher ein Wort. Gott, wie gehört Deutschland? Von oben, glaube ich, nach unten. Jetzt ist aber wirklich ein großer Flick bunter geworden. Ja. Das sieht cool aus. Wo wollen wir jetzt hinfahren? Tja, jetzt fahren wir wieder zurück nach Österreich. Und dann? Jetzt wollen wir das noch mitnehmen. Ja genau, das schaffen wir schon. Nach 10, oder? Ja.